Wenn ich jetzt, ich schwör auf alles, ich fick euch alle, wenn ich jetzt wieder geswappt werde, ne? Ich raste komplett aus. Oh, du hast das Loverbeer. Oh, Alter, Hahn, das kann nicht dein Ernst sein. Julian, was war denn das am Anfang? What the fuck? Hä, ich weiß es nicht, also ich hab... Moin, ihr Sani, hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall auf kleine Einspiele. An Mittwochmorgen, wir haben hier eine sahnige Mafioso-Runde in Town of Us, sowie eine Jester-Runde, auch in Town of Us. Eine Info für euch, die Town of Us-Mod ist wohl seit gestern ein wenig verbuggt. Also, es gab ja ein Update von Among Us, also offizielles Update, und das macht wohl gerade Probleme mit der Town of Us-Mod. Also, falls ihr Lust bekommen habt auf die Town of Us-Mod durch meine Videos und ihr merkt, oh, irgendwie funktioniert das nicht ganz, die Entwickler von der Mod sind da wohl jetzt gerade dran, ein Update rauszubringen. Ja, und Leute, wollt ihr einfach nur Bescheid geben? Falls euch das Video gefallen hat, fühle ich mich über ein Like- und Abo-Freunde und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit der Folge. Heute rein, Kinders. Peace! Das habe ich jetzt eingestellt, ja. Okay, alles klar. Rein da. Was ist der Mod ist das? Äh, das ist, äh, Dings. Wie nennt sich's? Ähm. Oh. War denn das? Das war aber jetzt gar nicht eine Stranger-Situation. Willst du klick? Äh. I don't know. Äh, toll auf was. Und hallo, Kira. Ich glaube, das war Kendo, oder? Nee, 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 ich steh schon unter euch. Kendo war ein bisschen südlicher. Ich wär in Kiel Reichweite, I guess. Aber I don't know. Südlich. Ich steh schon fast unten auf der Rampe, also zum Boot. Also, er hat für mich halt auch fast alle die gleichen Farben. Ich kann euch gar nicht auseinanderhalten. Also, als ob wir alle, die es nicht gesehen haben, ähm, er ist halt direkt im Top-Shift ein bisschen unten gestorben. Ich fand das so aus, als wäre da einfach geplatzt. Kann auch sein, ja. Ja, aber wer kann da platzen? Der Sheriff und der Schifter. Ja. Der Sheriff und der Schifter, ja. Schifter haben wir rausgenommen, oder? Nein, Schifter hab ich jetzt auf 100% gemacht. Das soll ich dazu sagen. Also, haben wir ein Schifter. Ja, aber der Schifter bringt sich bei so einem nur an und mit dem Posto, um wenn er wirklich... Ja, naja, gut, aber das ist ja schon mal... Der stand da auf einem Haufen. Hm. Ich kann dich rausnehmen. Wen kannst du rausnehmen? Han und mich. Ja, wie schön vor Lab. Ja. Ich kann mich auch rausnehmen, ich bin ganz weit weg. Kickwee. Und war es zu viert oder zu fünft? Also, zu viert plus Leiche, glaube ich. Ja, zu viert plus Leiche war mal, ja. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ja, ich war drin, aber ich weiß nicht mehr, wer noch rumrum stand. Ich war schon südlicher, aber ich hab's gesehen, ja. Also, ich hab jetzt nur gesehen, Telian, Shoshi und mich. Ja. Peachy, wenn sie südlicher steht, könnte das auch sein, dass sie... Kennen du was? War kennengelernt südlicher? Ja, ja, aber er stand ja auch schon südlicher. Ja, er stand schon relativ südlich. Oder halt, er ist, ähm, Officerin auf eine Special-Roll geschossen oder so. Also, I don't know. Müsste der Officer jetzt gerade sich outen, das wär wichtig. Ja, eigentlich schon. Das Ding ist, nur weil er was auf 100% ist, grad bei 12 Rollen kann das ja trotzdem sein, dass ein Shifter oder ein Shelf nicht drin ist. Nee, nee, nee. Wir haben ja sieben Crew-Matches. Nee, weil, da muss drin sein, ja. Muss drin sein, okay. Nee, muss nicht drin sein. Nee, du hast drei Imposter und sieben andere Rollen. Du hast sieben Rollen. Ja, sieben Rollen. Du kannst ja über eine, also eine, also die anderen Rollen sind 100% da, aber es kann ja sein, dass diese eine Rolle dann nicht angenommen wurde. Merk ich mir. Ich wollte mich jetzt die ganze Zeit selber damit geschäftet. Äh, nee, Dächen Dächen ist bei uns nur einfach getimeoutet. Weil Dächen Dächen ist für ganz, ganz böse Menschen. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmmm. Ah, passt, weil dünnes Eis, ne? Du weißt. Hä? Hallo? 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 Sagt mir bitte einer, dass der Sheriff nur drinnen ist und der bitte auf Light geschossen hat. Okay, weil ich habe wirklich gedacht, dass der Impostor ist. Also er liegt jetzt gerade in Electrical. Ich war vorher mit Peachy und links in O2 und dann ist Light weg gewesen. Ich habe gedacht, er ist weggewendet. Aber kann er ja nicht, weil er ja tot ist. Den Killer hat Bugs nicht gemacht. Aber wo ist denn der? Wo liegt der denn jetzt? Quasi vor Light, Tatsache. Also ist er hochgelaufen. Ja, ja. Okay, dann zum Rektor. Okay. Okay. Den einzigen, den ich dafür rausschließen würde, ist Peachy und wahrscheinlich Kindover. Kindover war glaube ich da unten links doch bei den Dings, oder? Bei den Wasserrädern. Ne, da bin ich gerade am Wasserrad. Ich stehe jetzt schon fast oben am Lab. Also ich habe auch Max unten noch rauslaufen sehen, dass er die kommt. Vor fünf Sekunden, vor fünf Sekunden waren zwei Leute im Lab, wer waren die beiden Personen? Äh, das waren Flame und ich und Dashah war da auch noch gewesen. Die Konkorde rein. Flame, Shai, Admin und Dashah. Tillian hat mich gerade rausgenommen. Ne, ich habe mich nicht rausgenommen. Ne, ich habe euch nicht mehr gesehen. Wer wird mich rauskommen? Kendo. Kendo. Ich habe mich rausgenommen. Guck mal, wenn wir das so sehen. Name, Dashah. Kendo hat mich rausgenommen. Aber warst du nicht rausgenommen? Kendo? Weil ich gesehen, wie du aus der Dekon raus bist. Also ich habe auch Max am Anfang von der Runde gesehen, wie du reingelaufen bist. Richtung, Richtung, äh, Specimen. Da bleibt ja nur noch Tillian, oder? Genau, da müssen die beiden Trios entweder Han, Tillian, Peachy oder Shai, Dashah, Flame sein. Aber wieso ich? Das ist mir immer erklären, wieso ich. Naja, das Problem ist... Das ist der Trio. Das ist der Trio. Das ist der Trio. Weil keiner von uns dran hätte den Kill gerade machen können. Wir sind alle oben. Da sehe ich es nicht drauf. Deswegen denke ich, Tillian ist der Safer-Vote. Oh, ich habe geskippt. Also, wir wollten nur gesagt haben, ich war am Anfang von der Runde die ganze Zeit noch im Office und dann... Okay, wer... Wer hat Tillian gewollt? Weil ich habe Tillian gewollt. Ich habe... Ich habe geskippt, aber es war keine Absicht. Au. Oh, oh. Was ist da jetzt halt tödlich, ne? Leute. Hä, wieso denn ich? Hä, wieso denn ich? Ey Junge. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Hä? Sorry, das... das kann... wir... 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 sind acht Leute, mein Gott. Wir sind acht Leute, aber es können auch die Lover da sein und wenn einer von beiden... Die Lover sind safe da. Es waren zwei Master Kids. Ne, Lover sind ja, muss man sagen. Eben. Wer hat Tillian gewolltet? Also, ich habe Tillian gewolltet, Max hat Tillian gewolltet. Also, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe geskippt. Also, aber es war... Jo, ich habe auch geskippt. Ich meine, wenn ihr hundertprozentig sicher seid, dann kick ich ihn auch. Weil die Sache ist, das ist das Trio, Flame, Dasher und ich haut nicht hin. Weil wir im Lab gewesen. Also, kann das andere Trio sein. Ja, aber ihr versteht, Leute, 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 ich glaube, ihr werft da gerade ein bisschen was durcheinander. Ja. Nur weil ihr im Trio... also, nur weil du zu dritt bist. Heißt das, ihr müsst hier nicht zu dritt rumlaufen. Ja, richtig. So, da wäre ja auch ein Trio theoretisch Ich, Kendo und Peachy. Aber das ist ja Schwachsinn. Muss nicht mal sein. Bei euch in dem Trio kann doch einfach der Mafioso dabei sein, ne? Das wisst ihr. Deswegen. Ihr habt jetzt gerade so viele Leute rausgenommen, die das alles noch potenziell sein würden. Ja, Leute, aber... Erstmal, du könntest Tillian, ich, Shoshi, Peachy sein. Shoshi und ich können uns rausnehmen. Peachy wurde von Hahn rausgenommen, I guess? Ja, aber das Ding ist ja, du hast ja Dr. Channinger und die Mafiosen. Die können ja irgendwo bei einem rumlaufen. Ja, trotzdem kannst du nicht... Ja, aber die können ja nicht töten. Es kann doch niemand töten und dann wird er gecovert. Ja, aber die können ja jetzt nicht sagen, dass ich... Also, du kannst jetzt nicht sagen, dass ich's bin mit Haaren und was nicht weh, nur weil... Aber du hast doch schon nur drei Votes bekommen eben. Und einer von denen war von mir, ich bin Meier. Also... Ja, gut. Ja, und einer von mir. Das haben nicht alle gewohnt. Das waren 3, 3, 1. Einer hat nicht gewohnt. Das war nicht 3, 1. Es war 3, 3. 3, 3 und einer, aber auf der Show. Einer war auf der Show, das ist richtig. Ich wollte nur gesagt haben, dass sie nachher nicht Leute rausnehmen, nur weil die sagen, ich war aber mit anderen zwei anderen rumrennen. Ja, also ich wot dann jetzt auch auf ihn, aber... Ja, naja. Ich dachte gerade, Telia wird getauscht. Oh, hatte ich kurz Angst. Oh, da ist das Lover-Page. Oh, Alter, Haaren! Das kann nicht dein Ernst sein! Telia, was war denn das am Anfang? What the fuck? Hä, ich weiß es nicht. Also, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Legit nicht gekillt. Dann wurde wirklich geschifftet. Habt ihr es gerade? Oh, das ist so lustig. Ja, true. Oh, mein... Wenn ich jetzt... Ich schwör auf alles. Ich fick euch alle. Wenn ich jetzt wieder geswappt werde, ne? Ich raste komplett aus. Ohne Mist. Das macht mich einfach nur wütend. Was hat er mit dem Lover auf sich? Zwei Spieler sind connected. Das können zwei Crewmates sein. Das kann auch ein Crewmate sein und ein Dings. Äh... Ein... Wie nennt sich's? Ein Crewmate und ein... Ähm... Impostor. Und diejenigen müssen dann gewinnen. Ich werde sterben. Elendig. Verrecken. Oh, Babaya, töte mich bitte nicht. Danke. Oh, Babaya, lass mich bitte in Ruhe. Rot. Spiesi-Mann oder Labor. Hätte sich hier durchgeglitscht? Ha. Geil. Abgankt. Was? Warte mal. Glauben, Liebestrass ist wieder gestorben. Ah, die Zeit könnte gereicht haben. Ne, kann nicht gereicht haben. Ähm... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Bist du nicht... Hä? Bei mir warst du gar nicht in der Tür durch. Wo hast du jetzt reportet, Obermeyer? Doch, doch. Ich bin hinter dir und hab auch ins specimen unten rechts reportet. Okay. Okay. Ja, okay. So ein Ding ist das. Wollte ich dir erzählen. Äh... Ist irgendwer gerade im Lab? Oder sagen wir vor 5 Sekunden im Lab gewesen. Äh, wer ist denn uns grad an? Wer ist uns grad in Apple entgegengekommen? Turtle? Genau. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher. Ich war grad an der Werker Note links unter... Als ich in Live... Als wir in Live lang geguckt haben, war nur Anki tot. Sprich, Rubin und Babsi war das Liebespaar. Ja. Wo war Rubin als letztes? Weil ich, äh... Ich kann ja unten nicht gekillt haben. Weil, äh... Riesens. Ähm... Digga, Obermeyer, du warst bei mir durch... Ist egal, erzähl weiter. Ich bin hinter dir, mit dir zusammen durch die Tür bei mir gelaufen. Okay. Sonst hätt ich ja jetzt nicht reporten können. Ja, dann... Solltet ihr auch wissen, dass ich den Kill nicht gemacht haben kann, weil ich halt nicht schnell genug durch die Kon... Ja, Turtle warst du nicht. ...durch den Plan, während ihr von Lifeline runtergelaufen seid. True. Ich kann Drepson für die komplette Runtersalven. Er soll das für mich auch können. Äh, stopp, stopp, stopp. Warst du an Lifeline und hast gesehen, wie der Kill gefallen ist? Nein. Ich hab nur gesehen... Ich hab gesehen, wie Rot gestorben ist. Bin runtergelaufen zum Admin-Table, um zu gucken, wo die Leiche ist. Ich glaube, sie liegt in Lab, weil wir nur einen Punkt in Lab hatten, der da geblieben ist. Ja. Bisher dazu keiner geäußert hat. Und war grad auf dem Weg deshalb noch oben zu Lab. Ja. Also... Ich hab ne ähnliche Theorie. Also... Anki... Ist... Watt länger tot. Wird wahrscheinlich in Lab liegen. Und... Bazzi liegt in... Dings. Wer wortet mich da, Yazis? Achja, und irgendwer war in... Oh... Kannst du nur über Chat machen, Psycho. Kannst du nur über Chat machen, Psycho. Ich glaub, Yunanda ist... Legit. Ich glaub... Oha, Bayer ist... Hä? Ne. Ich glaub... Ja. Ich glaub... Ich glaub... Ja. Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub... Mal bevor jetzt gleich die Runde hier schon vorbei ist. Ähm... Weiß ist länger tot. Oberbayern müsste sehr, sehr recent sein. Ähm... Ich meine... Ich hätte... Light und Oberbayern noch relativ... Kurz jetzt vor dem Button zusammengesehen... Beim Reaktor irgendwo. Also... Als er noch lief. Hat kurz danach war er ja gefixt. Ich hätte dich jetzt eigentlich tatsächlich sassen wollen. Ähm... Dripson ist safe. Er kann keinen Kill gemacht haben. Warum? Ich war... Erste Runde... Weil ich weiß, was er für ne Rolle hat. Also habt ihr geswappt. Korrekt im Mundo. Dann sind's Yonana und Light. Also mein Problem ist jetzt gerade... Yonana und Kendo hab ich grad unten in Admin getroffen. Kurz bevor ich den Button gedrückt habe. Weiß ich eben nicht genau, ob die da zusammen reingegangen sind. Oder sich irgendwie ein bisschen... Karren können gerade. Ne... Ich kann mal das besser hin. Ich war die ganze Runde allein. Ja... Für mich ist auf jeden Fall auch... Light sehr, sehr sass. Han kann ich wenig sagen. Hab ich einmal kurz im Lab getroffen. Aber... Light und Yonana... Was waren das Ding eigentlich von Han und Oberbayern vorhin? Haha... Er ist bei mir durch die Tür geglitscht. Und... Äh... Die Leiche ist quasi... Umgefallen. Und... Oh, aber er hat reportet. Und ich war perplex, weil ich gedacht habe, ich hab einen Admin verloren. Für mich gibt's jetzt halt die zwei Möglichkeiten. Animus in Kendo und Repsen halt im Postle-Duo oder Light und Harn. Also einer von euch kriegt jetzt schön vier Worts von mir reingedrückt. Glaub ich würde da tatsächlich als erstes auf Light gehen. Ja. Hat für mich am wenigsten Alibier an der Stelle. Ja. Und danach, äh... Uffneinander. Ihr könnt mir vertrauen. Ja, wenn Harn sagt, wir können dem vertrauen, stimmt das bestimmt. Ja. Harn kann man richtig gut vertrauen. Also Light fliegt jetzt hundert Prozent, by the way, ne? Ja. Da kannst du ja... Du kriegst jetzt schön vier Worts reingedrückt von mir. Boah Junge. What the fuck? Äh, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Wenn's jetzt... Bessner hat grad am Harn reingehalten. Nein. Nein, 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 nein. Fick dich, Junanna. Fick dich. Er wollte jetzt grade... Ich... Ken, du das musstest du mir wirklich glauben. Harn, ich gönn dir die Runde, wenn du's wüsst. Entschuldig, ich bin nämlich Jester, ihr kleinen Hurt. Ahahahah. Ich hab Junanna... Achso, ne, wenn man... Du hast das selbst gewonnen. Aaaaaah, yeah, Junanna, du kleine Schlampe! Aaaaaah, geil! Aaaaaah! Ja gut, ich hätte die Runde auch suchen können, das war schon. Du hättest die Runde auch suchen können, also das war... Ey, ich wollt... Harn, weißt du wie kurz ich davor war, auf den Kill-Button die ganze Zeit zu drücken? Weil ich war Sheriff. Du wärst aber gestorben, der Jester, stimmt.